Hallo und willkommen zurück zu TerrafirmaCraft mit dem Stefan, dem Flo und dem Max. Hallo. 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 So, und wir sind ein bisschen weiter gelaufen. Wir haben endlich Oak-Siblings gefunden. Äh, beziehungsweise Oak-Woods gefunden. War das hässliche Scheiß-Texture-Pack, ne? Äh, nein, das wird erst besser über die Zeit dann. Echt? Sicher? Ja. Wir sind halt noch in der Urzeit. Ja, weil trotzdem muss man doch die Texturen schon haben. Das sind der Standard 16x60 Texturen von Minecraft. Ja, wie hier? Oh. Ja, wie hier? Wie hier? Ja, wie hier? Oha. Boah. Beziehungsweise habe ich das... Mod-Packen drin? Ähm, so warte mal. Da kann ich uns jetzt erstmal ein Feuer, da kann ich erstmal das Falsch geraten. Was? Mach bitte langsam. Geh dich halt sauber machen, Alter. Dann gehen die ja nicht hinter dir hinterher, Alter. Nicht wahr. Nein, sobald man bei denen ist, werden die sauer. Aua, du Arschloch. Ich hab doch gar nichts gemacht, Alter. Verpiss dich. Ja, die greifen dich an, sobald du in der Nähe bist. Ich bin nicht mehr in der Nähe. Die verfolgen dich. Ich hab sie getötet. Äh, Flo, wie hast du dieses komische Teil gemacht? Äh, was? Diesen Firestarter, ja. Äh, zwei Holz-Sticks-Square. Warte mal, ich mach mal hier ein Feuer. Ja, weil wir haben ja jetzt ein Ding. Wir haben ja jetzt ein richtiges Holz. Wir können jetzt quasi, ähm, unser Fleisch braten. Hier ist ein Feuer. Da, da, Feuer, die... Da, da, ge, ja, we, 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 we... Da, nieder! Achtung, Stefan. Alter! Dann geh dich halt sauber machen. Echt mal. Flo, brennt schon wieder. Nein. Passt vor allen Dingen auf, dass ihr euch nicht gegenseitig äh haut. Jetzt wird schon wieder dunkel, lol was ist das da vorne? Äh, Köln ist, lol was ist das? Guck mal was da vorne für ein Häuschen ist. Ja, wir müssen eh schauen, dass wir uns schnellstmöglich jetzt absichern. Alter, wie viel Bienen sind hier? Ist doch normal, wir sind am Wasser. Ja, warum greift ihr mich an, ich bin gleich tot? Das ist schon wieder ausgegangen, Alter. Ich verpiss mich jetzt hier. Achso, zum Zombies kommen. Achso, klar, das Feuer geht aus, weil es regnet. Ach, stimmt, ich hab hier noch nicht dran gedacht. Achtung, Zombie. Lass mal über... Warte. Ja, genau, denen sind Skorpione oder irgend so ein Scheiß. Was ist für ein Haus da drüben? Lass uns dem Haus laufen, vielleicht können wir uns da kurz unter Schlupf suchen. Das sind unsere Lieblings... Unser Lieblingsmord. Lol. Habe ich jetzt ne Kuh auf dem Kopf gehabt? Hey! Trag ich irgendwas? Aua! Das ist ein Tiger! Ich bin tot! Ja... Nein! Da sind Spinnen drinne! Schlechte Idee. Ja... Wir müssen uns jetzt... Wir müssen uns selber was bauen. Geht nicht anders. Komm her! Lappen, Alter! Was schießt ihr? Mach die Tue tot! Alter! Pass auf, dass das euch nicht gegenseitig haut. Äh... Hab ich mich grad schon abgeschossen. Weil du mir reingelaufen bist. Ja, das ist schlecht. Ihr müsst extrem aufpassen, weil das... Ja, das klappt schon irgendwann. So. Was ist da drüben? Warum hab ich... Ein Golem oder sowas? Okay. Trag ich eine schöne Kuh oder sowas rum? Ich hab... Hä? Das ist... Ich hab ne Kuh... Warum hab ich ne Kuh auf dem Kopf? Weil ich ihn auch falsch rum. Ja, dann geht mir aber auch so. Ach nee! Komm! Äh... Wie viel Leben hat die? Wie viel Leben hat die? 1900. Ich bin grad nicht zum Werfen. Alter... Hau ab, hau ab! Komm, die kriegen wir eh nicht tot, oder? Nee. Nee, ich hab nur noch vier Leben. Hau ab! Da hoch! Aber wohin? Was hast du? Da hoch! Ist doch scheiße. Aber die greift gar nicht an, die Spinne. Alter! Ich hör einen Frosch. Hat jemand zufällig weiß noch Oakwood? Ja, denn ich hab schon. Geh mal her, Stefan. Geh her. Komm. Einbauen kann man sich hier auch, oder? Schmei... Ja, schon. Ja, deswegen sag ich ja, wir müssen uns langsam irgendwann auch mal ne Höhle bauen. Ey, das mit der Kuh aufm Kopf nervt, irgendwie. Achtung, Spinne! Die ist aggro auf euch. Also mich lässt sie in Ruhe. Die ist auf aggro auf Flo. Ja. Ich hab sie nicht mal angehört. Stefan, geh mal bitte jetzt hier rüber und geh mal bitte mal das Holz. Okay, komm. Weil ansonsten rennen wir in 20 Folgen immer noch rum und haben keinen Plan von irgendwas. Ey, die Spinne verfolgt mich ja weiterhin. Danke. Alter, ist nass, oder? Achtung, Creeper! Oh. Oh, schau, der Böse. Achtung auf mich. Ja, wir sterben aufm Wasser. So. Erstmal wegschwimmen. Boah, der Regen hört nur auf. Jetzt kann man endlich ein Lagerfeuer machen. Warum hab ich die ganze Zeit schon ne Scheiß-Kuh aufm Kopf? Das frag ich mich auch. Man, jetzt werd ich mich wieder von irgendwelchen Scheiß verfolgt, alter. Ja. Open. Gut. Pine, Ash, Meble nehmen wir. Meine Falle. Ja, ich hab... Firestarter, Carcool, Coal, Nykohle. So, little clay balls. Jetzt brauchen wir das Clay. Und dann können wir diese komischen Dinger bauen. Okay. Oder habt Kuh? Äh... Welche bösen Mobs hier? Ne. Oh, hallo Buddy. Hallo. Äh, hallo. Ja, aber in 5 Minuten erstmal schwimmen muss... Ich werde wieder wegkriegen. Komm, geh an. Gut. Äh... Ja. Bye. Bye. Mein Fleisch kocht. Hm. Was'n? Ich versuch gerade jetzt so wieder zurückzukommen, dass ich an den Zeils ziemlich vorbeikomme. Ja, wie gesagt, wir müssen uns halt echt schauen, dass wir uns irgendwie ein Häuschen oder sowas bauen. Ja. Wir müssen aber die ganze Zeit noch schwimmen. Hahaha. So. Wer hat von euch noch Fleisch? Ich. Der Muskel. Äh, ich. Ich hab einen Strawberry Bush und Tomatensamen. Ja, meins ist dahinten. Tomatensamen. Nein, mein Fleisch ist dahinten. Meine Leiche ist. Kann das Messer irgendwie nicht nutzen. Ja, wir müssen, wir müssen halt jetzt, wir müssen halt wirklich schauen, dass wir uns irgendwo jetzt erstmal niederlassen. Oh Gott. Hä? Aufpassen, in deinem Sinn. Was sind das für komische Dinger? Die grünen da, rechts. Hä? Ja, was ist das? Das pack, Alter. Ich pack dir ein bisschen schon. Ich hatte eben was auf dem Kopf. Ja. Ja, ich auch. Ich hab MEINE Fresse bei diesem. Oh. Burn, Baby. Burn. Dumme Kuh. Aua. Spreng ins Wasser. Oh. Okay. Mein Fleisch ist gut. Loll. Okay. Ja, komm. Bei der Kuh fehlt das. Der Körper, den hab ich auf dem Kopf. Ja, komm. Ach Flo, du bist so'n Lappen, Alter. 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 Der Wal hat erstmal fast 100.000. So, mal gucken wie ich jetzt an meinen Grab schon rankomme. Äh. Achtung Zombie. Da kommt Zombie, ich gehe. Tschüss, den Tag noch. Oh, naja. Fokuss mich. Lass uns durchs Feuer durchlocken. Komm, 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 komm. Der ist ja halt gar nicht auf mich fokussiert. Ja, der ist auf mich fokussiert. Seht ihr weg? Seht ihr nicht. Alter, der hat 2k Leben, Alter. Machst du einfach immer durchs Feuer. Oh nein, ich bin tot. Nein, geh weg. Ja geil, er ist ein Loch, er ist ein Loch. Oh nein. Ja doch, da kommt er nicht mehr raus. Jetzt hab ich schon wieder was auf dem Kopf, ey. Warte. Alter. Mann, der ist backvoll, das ist ein Modpack, Alter. Ich hab die ganze Zeit Christ irgendwie. Loll. Nein. Da wurde ich von hinten geweckt. Was ist denn das? Oh, das ist irgendein cooles Viech. Eine Spille, die gerade verbrannt ist. Hallo. Bin wieder da. Dann hab's auch für einen Minuten erstmal geschwommen. Ah ja. Ja, haut den mal, der ist auf mich gefokussiert. Wow. Ja, wieso mit der anderen am besten hinkommen? Ja, genau. Ich glaub, dass wir uns nicht gegenseitig hauen. Durchs Feuer durch, durchs Feuer durch. Na scheiße. Alter, der Leben. Die Hälfte haben wir fast. Versuchen wir uns zum Feuer noch zu locken. Ich bin ja in einer Stunde wieder da, ne? Nee, Buddy, hör auf, hör auf, hör auf. Bleib einfach weg. Ja, Spille kommt auch noch von hinten. Die will auch nicht. Ja, äh, lasst euch das Feuer locken, die Spille. Wow, 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 wow. Ganz ruhig. Ach Gott, der hat ja auch 2 Kalieben. Leg mich doch am Arsch, man. Ah! Du bist so ein Lappen, Alter. Lass mal. Ich will ja nicht sagen, aber ich glaube, das ist ein guter Anfang. Durchaus. Äh, lass mal die Location weg sind. Achso, warte mal, wir sind auf Flurbahn. Ja, mein, 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 mein Leicht ist dahinten. Da ist man auch noch. Ich bin noch 400 Meter entfernt. Ich geh mal gucken, ob ich den Grabstein looten kann, ob da irgendwas noch ist. Mann, ey, was ist das für ein Bock? Was hab ich denn jetzt auf dem Kopf, Alter? Ja, ich hab auch irgendwelchen Müll, Alter. Was ist denn so Müll, Alter? Ich hab keinen Bock mehr. Das ist der Hut, das sind die Hüte. Die Hüter sind ein Bucky. Ich schwimm jetzt da rüber, ist mir wurscht. Ja, der ist auch eine Spinne. Dann schwimm ich halt da rüber. Entschuldigung. Was ist das, Alter? Ja, wir müssen... Was ist das, Alter? Was ist das, Alter? Wir müssen halt wirklich, schnellst wirklich schauen, dass wir in die nächste Generation kommen, dass wir... Ja, ich muss ja mal eine Leiche wieder hinten holen. Am Tag. Ja, bis Tag wird, das dauert immer drei Jahre. Mann, jetzt bleibt doch mal über Wasser, ey. Ey, vorhin ging das auch. Äh, mit der Maus nach oben. Was ist das für ein Typ? Was ist das für ein Typ? Achtung, ich glaub, da schmeißt du einen Speer. Stefan. Was denn? Links nehmt ihr jetzt einen Typ mit dem Speer, Alter. Ja, denkst du, ich hab den nicht gesehen? Ja, so wie du da hingeschwommen bist, eigentlich schon. Bin gerade ausgeschwommen. Ich bin in 200 Metern da. Es wird hell. Ab zu meiner Leiche. Alter, bin ich froh, wenn wir im nächsten Zeitalter sind. Oh, da kommt auch noch ein hässiger Zombie. Ein Enderman ist auf der rechten Seite. Ja, guck mal, wie viele Zombies sind gerade entgegenkommen. Ach, da hinten schwimmt ihr, ja. Die Viecher sind echt brutal. Ja, weil wir halt... Mann, ich hab ständig irgendwelche Scheiße auf dem Kopf, Alter. Weil wir halt noch nicht, weil wir halt noch nicht können. Mann, dieses Scheiße, ich hab... Ich hab 24 Stunden Scheiße auf dem Kopf, Alter. Achtung, Stefan. Stefan, rechts neben dir. Stefan. Ja, tschüss. So. Bald man nicht hier in die Gegend kommt, hat man was auf dem Kopf. Loll, wen hab ich... Jetzt hab ich Stefans Kopf auf dem Kopf. So, wo ist dein Leiche bei dir? Ja, da hinten geh ich nicht hin, Alter. Wo? Ja, da vorne irgendwo. Ja, da wo ich... Wo mein Leiche ist, ist ein ganz seltener Spinner. Ja, da hinten geh ich nicht hin, Alter. Mein Grabstein ist verbuggt. Easy going. So. Kommt hier hoch, kommt. Hey! Mein Grabstein ist weg. Komm, geh drauf. Wie viele haben wir noch? Ja, ich kann meinen Grabstein grad nicht holen, weil da eine Spinne im Wasser ist. Ja, mein Grabstein ist weg. Der ist da nicht. Da hinten ist mein Grabstein. Alter, was hab ich den ganzen Scheiß aufm Kopf, Alter? Ich hab Angst, dass ich jetzt... Mit den Hütten nervt, ey. Da hinten ist mein Grabstein, aber da ist eine Spinne im Wasser. Ja. Reward Bag. Oh, meine... Nein! Ich hab jetzt irgendwelche Scheiß wieder. Mann! Okay. Aua! Haben wir hier viele P-Gags oder so? Ja, du hast nen Hammer. Kann man mit dem Hammer auch Spawn abbauen? Ich weiß nicht. Kommst du an einen ran? Äh, nee. Aber hier unten ist halt einer, wenn wir den abbauen könnten. Man, ich hab 24... Alter! Was ist das? Was hat das gerade angehört? Also hier, genau in dem Loch unten ist einer. Immer so'n Kopf, Alter. Ja, ich hab auch aufm Kopf. Gott! Da hab ich Christian Kopf aufm Kopf. Achtung! Achtung, Stefan! Oder auch nicht. Oh, die kommen wieder hier nach oben, Alter. Piss dich. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Es bleibt ja eine ganze Stunde jetzt hier stehen. So, wir müssten halt jetzt irgendwie mal... Wir müssten hier weg und müssten... Mal Richtung Norden gehen. Oder Richtung... Richtung Osten rüber in dem... Achtung! Da, wo du hingehst, Alter. Ich hab ja jedes Mal... Weil Stefan sind's für das Scheiß aus Fliegen. Aber wir haben eh noch 6, noch 6 Leben. Ich glaub, wir werden bald neu anfangen müssen. Eieieiei. Das mit dem Kopf... Das mit dem... Hutdingbar kalt. Ja, deswegen hab ich ja grad nicht gesehen, wo dieses Viech grad herkam. Und ich hör schon wieder Bienen. Ja, da sind die überall. Ich hab keinen Bock... Hier sind Spinnen, hier sind Bienen, hier sind das Scheiße. Kommt's hoch. So. Ich hab Angst. Ich scheiße, das ist auch mein Grab, ohne Witz. Ich geh jetzt da rüber und werd da drüber anfangen. Ich geh jetzt einfach, Alter. Ganz normal, Alter. Ich geh jetzt einfach ab. Ja, ich auch. Ich werd jetzt da drüber... Ich lauf jetzt, bis ich in Tebuktu bin. Hier und zwar genau hier lass ich mich jetzt nieder. Lauf... Ne, ich lauf jetzt weg. Ochme, ich geh jetzt. Äh... Leck oder... Lohne? Ja. Wer sagt, Buktu. So. Äh... So und so. Dann kriegen wir die Axt. Ist das hier noch Oak? Okay. Ähm... Problem ist halt, wie kriegen wir dann dieses Ding hier größer? Wie können wir dann ein Crafting Table machen? Das verstehe ich eben nicht so ganz. Ist irgendjemand schon mal gecheckt? Hm. No. To defend your home. Ja, ist ja alles gut und schön, aber wie soll man das denn... Wie soll man das denn machen? Wir haben ja nicht mal... Nicht mal ansatzweise die Möglichkeit irgendwas zu craften. Kann man ein Questbuch nochmal neu craften? Ja, kann man. Ja. Beziehungsweise ich kann... Ich kann nach der Folge dann auch mal... Äh... Die Konsole anmachen. Gebeten eins. Ja, das ist Oak. Hallo? Ich bin gerade abgebaut. Ja, das ist weil... Weil Stefan wahrscheinlich gerade hierher travelt. Naja. Kann man mit diesen... Mit diesen Dingern bauen? LOL! Okay. Man kann einfach mit diesen Teilen bauen. Mit den Stein... Ich würde... Ich würde... Lock haben... Äh... Oak Dingern sagen. Wenn wir das jetzt hier umhauen? Oak Planks. Äh... Dazu brauchen wir eine Säge. Ach genau! Okay. Säge. Äh... Möchtere ich unsere 8er von der Seite. Copper, Bronze... Aber die kannst du gleich... Die kannst du gleich bloß gießen, die... Die Säge. Oder? Ja. Ich glaube, die kannst du nur... Ich glaube, die kannst du nur gießen. Das anzünden. Ich glaube, die kannst du echt nur gießen, die... Die Säge. Aua! Meine Fresse nochmal, älter. Ja! Jo! Ja! Mach einfach nix! Ja! Ich hab keinen Bock mehr! Ich bin schon wieder tot, Alter! Nee! Gut! Und ich würde mal sagen... Wir lassen uns dann mal außerhalb der Aufnahme ein bisschen nieder... Und dann... Wenn es euch gefallen hat, dann... Daumen nach oben! Und bis zum nächsten Mal! Tschau! Tschau!